Hallo liebe Radio-Teddy-Hörer, ich bin Reinhard Horn und ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich mache Musik für Kinder. Und ich habe eine wunderschöne Geschichte, in der es vorkommt, wie wichtig singen und tanzen ist. Es wird erzählt davon, wenn Menschen, die krank sind, zu Schamanen kommen, das sind Heiler, dann stellt dieser Heiler den Menschen drei Fragen. Erstens, wann war der letzte Tag, an dem du gesungen hast? Zweitens, wann war der letzte Tag, an dem du getanzt hast? Und die letzte Frage ist, wann war der letzte Tag, an dem du gelacht hast? Und deswegen wünsche ich euch, wünsche ich uns allen, dass es ganz viele Tage gibt, an denen wir singen, an denen wir lachen und an denen wir tanzen. Und tanzen muss ich üben und dazu gehe ich jetzt. Tschüss!